Dr. Niklas Krupke wird uns jetzt über die Entstehung einer CED, wie man es sich heute vorstellt, referieren. Ich freue mich sehr. Es ist das erste Mal, als er bei uns ein Referat hält und ich bin sehr gespannt. Danke schön. Vielen Dank. Danke, Bruno, für die Einladung. Auch super schön, hier zu sein zum ersten Mal. Auch schon ein paar bekannte Gesichter gesehen, was mich riesig freut. Und ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, ein Thema zu bearbeiten, für das man eigentlich irgendwie Konferenzen füllen kann. Deswegen müssen wir da so ein bisschen schauen, dass wir alle irgendwie da so ein bisschen einen kleinen Überblick über die Entstehung von chronischen, zündlichen Darmerkrankungen kriegen, ohne da jetzt jeweils zu sehr in die Tiefe gehen zu können. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen das Interesse wecke, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie stellt man sich 2023 die Entstehung von CED vor? Und ich fange ganz anders an, nämlich 90 Jahre früher, nämlich 1932. Und des Links ist ein Mann, den vielleicht manche schon mal zumindest auf Fotos gesehen haben. Das ist Beryl Cron, der Erstbeschreiber oder einer der Erstbeschreiber des Morbus Cron, nachdem die Erkrankung auch benannt ist. Und der hat in dieser sehr ausführlichen Arbeit, wirklich über 90 Jahre her, sich da sehr, sehr intensiv mit der Entstehung auch der Erkrankung beschäftigt. Hier rechts sieht man so ein typisches Röntgenbild, das damals halt eine der wenigen Verfahren waren, die man zur Verfügung hatte. Endoskopie gab es noch nicht, Computertomographie gab es noch nicht. Und die haben da sehr, sehr viel gemacht. Also der hat da wirklich jahrelang dran geforscht und hat versucht irgendwie rauszukriegen, was ist das eigentlich? Warum ist dieser Darm so entzündet? Und damals dachte man sehr viel an infektiöse Auslöser, hatte damals ja auch noch ein bisschen mit Darmtuberkulose und so mehr, deutlich mehr zu tun als heutzutage. Und nach diesen etlichen Experimenten und wirklich jahrelanger Forschung muss er da leider in diesem einen Artikel konstatieren, irgendwie, ja, man weiß es eigentlich nicht. Er kann es nicht rauskriegen. Das ist so die Ausgangssituation. Ich hoffe, dass sich zeigt, dass wir heute ein kleines bisschen weiter sind. In manchen Bereichen vielleicht noch nicht ganz so weit, wie wir würden, aber wir sind ein bisschen weiter. Fangen wir an mit genetischen Faktoren. Das ist so das, was, glaube ich, so recht einfach oder noch am einfachsten irgendwie zu greifen ist. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass das Risiko von chronischen zündlichen Darmerkrankungen teils familiär bedingt ist. Es gibt Familien, in denen oder anders gesagt Angehörige von Betroffenen mit chronischen zündlichen Darmerkrankungen haben ein etwas erhöhtes Risiko auch an entsprechenden Erkrankungen oder von entsprechenden Erkrankungen betroffen zu sein. Das hat man sich hier vor langer, langer Zeit, das ist schon über 30 Jahre her, mal angeschaut in einer sehr großen Studie aus Kopenhagen, wo man so ein Register sich angeschaut hat und geschaut hat, wen betrifft das eigentlich. Und das, was man so intuitiv weiß, man versucht hat, irgendwie auf Forschungsbeine zu stellen. Da sieht man tatsächlich, dass in erstgradigen Angehörigen, ich hoffe, ich treffe jetzt hier den richtigen Knopf, das Risiko für diese Erkrankung eben zehnfach höher ist als in zweitgradigen Angehörigen. Also das scheint ganz eindeutig oder recht solide für einen genetischen Faktor zu sprechen für die Erkrankungen. Also hier sieht man es da, erste Spalte erstgradige Angehörige, rechte zweite und dann jeweils die beiden Erkrankungen. Die Zahlen sind insgesamt viel, viel höher in den erstgradigen Angehörigen. Man hat so etwas Ähnliches dann auch mal in Zwillingsstudien gemacht. Das ist ja immer so ein ganz interessantes Tool, um herauszukriegen, was von den Sachen, die wir sehen, sind eigentlich genetisch und was sind Umwelteinflüsse. Und da bieten sich Zwillingsstudien an. Das ist jetzt hier eine etwas kleinere Sache. Da hat man eben weiter geforscht und gedacht, wie kommen wir dem jetzt noch weiter auf die Spur und sieht, dass in eineigen Zwillingen, das ist hier links die zwei Spalten, die Erkrankungswahrscheinlichkeit, wenn einer der Zwillinge betroffen ist, deutlich höher ist als in zweieigen Zwillingen. Links die Betroffenen plus der oder die untersucht wird, haben das gleiche Genom, rechts nur 50 Prozent, die gleich sind und links ist deutlich mehr Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es deutet noch mal sehr stark auf einen genetischen Faktor. Das Risiko insgesamt ist nicht 100 Prozent. Das ist ganz wichtig, auch noch mal zu betonen. Die genetischen Faktoren machen insgesamt nur einen kleinen Anteil aus. Das deutet aber ganz stark darauf hin. Und noch mal ein letztes, was ich jetzt hier noch zeige, um einfach das noch mal zu demonstrieren, wie stark diese genetischen Faktoren sind. Da hat man sich jetzt mal angeschaut, wie ist das eigentlich, wenn beide Elternteile Morbus Crohn haben? Wie wahrscheinlich ist das dann, dass Kinder von diesen beiden Eltern Morbus Crohn auch haben? Und das ist jetzt hier über die Jahre die Erkrankungswahrscheinlichkeit und das erreicht dann etwa so mit dem 30. Lebensjahr jeden Dritten. Also ein sehr starker genetischer Effekt, den man hier sieht. Man hat dann angefangen mit damals noch recht beschränkten Tools mal rauszukriegen, was sind das eigentlich für Gene? Das ist ja die Frage. Wir sehen jetzt einfach nur Assoziationen. Wir wollen ja irgendwie wissen, was sind das eigentlich für Gene, die da jetzt eine Rolle spielen. Und können wir daraus irgendwas lernen? Und eins der ersten, die man noch weit vor der Optimierung eines dieser genetischen Analyse rausgekriegt hat, ist ein Eiweiß. Das ist hier links recht kompliziert dargestellt, ist aber gar nicht so schwer, wie es da aussieht. Was die Zelle herstellt, um Bestandteile von Bakterien zu erkennen. Das ist ein ganz, ganz alter Bestandteil unseres Immunsystems. Das gab es auch schon in Wertebraten, also Tieren, die evolutionär deutlich vor und zwar, da gab es das auch schon oder gibt es das auch schon, einfach ein Eindringlingssensor. Und man hat dann rausgekriegt, hier rechts, das ist recht bunt, aber da zeigt man mal so genetische Sequenzen von Kontrollgruppen und von eben drei Familien, wo sich eine Häufung von Morbus Crohn jetzt in dem Fall zeigt. Und da sieht man, dass es da zur Veränderung in den Gensequenzen für dieses, die für dieses Eiweiß hier kodieren kommt. Also erster identifizierter Faktor, wir wissen, dass das irgendwie eine große Rolle spielt. Das ist dann richtig explodiert, das Ganze, die Daten dazu mit der Verbesserung der Technik. Wir haben jetzt, damals war das sehr mühsam, habe ich nie erlebt, aber es war offenbar sehr mühsam. Mittlerweile sehen die Geräte hier so aus, das hier heißt irgendwie Jabba the Hutt und steht am USZ irgendwo. Das sind die sogenannte Sequencer. Das sind Geräte, die eben sehr, sehr schnell in wenigen Stunden das menschliche Genom komplett sequenzieren können. Das heißt, wir können sowas, was da gemacht war, viel, viel schneller und viel effizienter jetzt. Das gibt dann hier so schöne, bunte Fluoreszenzbilder und letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass es jetzt hier in den letzten 15 oder jetzt eigentlich schon fast 20 Jahren wirklich deutlich mehr Gene außer diesem NOT2 noch identifiziert wurden, die bei der chronischen zündlichen Darmerkrankung eine Rolle spielen. Das sieht dann so aus, recht unübersichtlich, aber das ist eigentlich so das, wo wir jetzt gerade im Moment sind. Das ist jetzt hier eine Studie, wo das wirklich sehr schön mal alles mit diesen neuen Methoden eben aufgeschlüsselt wurde. Also die Frage, welche Gene oder Mutationen, in welchen Genen sind assoziiert mit der Entstehung von Morbus Crohn, das ist hier die oberste Reihe und Colitis ulcerose, das ist die unterste und das ist hier einfach so nach Chromosomen sortiert von 1 bis 22 und die Größe von so einem Balken korreliert damit, wie wichtig das ist. Also wie wichtig ist Mutationen in diesem Gen für die Entstehung der Erkrankung, wie sehr korreliert das damit. Da sehen wir wieder hier unseren Kandidaten, denn das NOT2 bei Morbus Crohn. Aber wir sehen auch noch ganz viele andere. Das sind sehr, sehr viele, die für sich genommen einzeln vielleicht gar nicht so sehr relevant sind, aber wenn viele zusammenkommen, dann steigt auch das Risiko ganz relevant an. Genetisch bringt uns das im Alltag leider gar nicht so wahnsinnig viel. Das wird aber recht spannend, wenn wir irgendwie das versuchen, mal so zu den verschiedenen Zellfunktionen zuzuordnen und darüber ein bisschen was zu lernen über die Entstehung der Erkrankung. All diese Gene, die wir da haben, oder die meisten davon, kodieren für Eiweiße. Und man weiß von vielen dieser Eiweiße, welche Funktionen haben die eigentlich in der Zelle? Machen die irgendwie bestimmte Abbaustoffwechselwege? Machen die vielleicht irgendwas im Immunsystem und so weiter? Und wenn man das hier mal so zuordnet, hier links sind diese ganzen Gene, die identifiziert wurden, farblich mal dargestellt, das Blaue ist Colitis, das Schwarze ist der Morbus Crohn und die Roten sind die, die bei beiden Erkrankungen eine Rolle spielen, dann deutet es sich da eigentlich so drei große Dinge an. Und da lernen wir relativ viel draus. Und zwar sind viele dieser Eiweiße irgendwie in der Barrierefunktion im Darm relevant, in der Immunantwort, also die Abwehrzellen, die im Darm eine Rolle spielen. Oder manche, das habe ich hier einfach mal so als grundlegende Zellfunktionen zusammengeclustert, also so Sachen wie, wie geht die Zelle mit oxidativem Stress um, wie verarbeitet sie zum Beispiel hier unten irgendwie Kohlenhydrate, wie geht sie insgesamt mit Zellstress um. Da zeigen sich eigentlich so immer diese drei Mustern, das sowohl für Morbus Crohn als auch für die Colitis ulcerosa. Wir verlassen da so ein bisschen die Genete und kommen dann genau zu dem Thema. Also das deutet ja sehr darauf hin, dass diese Barriere und das Immunsystem eine große Rolle spielen. Und eine Sache, die den Magen-Darm-Trakt, finde ich, und das fasziniert mich irgendwie auch nach ein paar Jahren Gastroenterologie immer noch weiterhin so besonders macht, ist, wir sind ja nicht allein im Darm. Der Darm ist ein Behälter für ungefähr hier, wurde das mal ausgerechnet in dieser Studie, im Dickdarm 400 Milliliter Inhalt und jeder Milliliter Inhalt enthält 10 hoch 11 Bakterien. Wenn man das mal hochrechnet, sind das insgesamt 10 hoch 14 Bakterien. Und das ist eine Zahl, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber nur mal so als Vergleich, das sind etwa so viele Zellen, wie der Mensch hat. Also der Mensch insgesamt hat etwa so viele Zellen, wie Bakterien im Dickdarm leben. Also eine irrsinnig hohe Zahl. Und irgendwie muss der Körper und speziell der Darm dafür sorgen, dass die Bakterien da im Darm zwar leben können und funktionieren können, aber eben den Körper nicht angreifen. Also man will nicht, dass die Bakterien irgendwie in den Menschen oder in die Darmschleimhaut übermäßig eindringen, weil das würde zu Infektionen und letztendlich möglicherweise zur Blutvergiftung führen. Das heißt, es gibt ein super ausgeklügeltes System vom Darm, das Darmimmunsystem, was diese innere Welt, die wir schützen wollen, von der äußeren Welt, also diesen Bakterien eben trennt. Das sind hier verschiedene Schichten. Da haben wir zum Beispiel die Schleimschicht, die wir im Darm haben. Das sind bestimmte Eiweiße, die da ausgeschüttet werden in den Inhalt. Antikörper zum Beispiel. Das ist hier eine sehr dichte Schicht aus Zellen, wo wirklich sehr, sehr wenig durchgeht. Und das sind hier unten etliche Immunzellen, also Abwehrzellen, die da eine Rolle spielen. Das sind auch irrsinnig viele. Wenn man sich das unter Mikroskop mal anschaut, das ist unzählbar viel. Und diese sozusagen Abwehrreihe sorgt dafür, dass eben die Bakterien im Darm da recht ungehindert leben können, die uns nicht schaden, aber eben nicht in den Körper eindringen können und da Schaden anrichten. Und jede Fehlregulation, das kann man sich relativ leicht vorstellen von dieser Barriere und von diesen ganzen Funktionen der Barriere und dem Immunsystem dahinter, wenn es zu wenig ist, sorgt es für eine Infektion. Die Bakterien kommen rein und machen Schaden. Wenn es zu viel ist, sorgt es eben möglicherweise für eine Entzündung, wo eigentlich keine sein müsste. Und dann entsprechend, wenn das dann in manchen Fällen eben einen besonderen Weg nimmt für Morbus Crohn oder Colitis Ozerosa. Wir könnten da jetzt noch viel weiter darauf eingehen, wenn wir die Zeit hätten. Jetzt muss ich aber schon zur anderen Seite switchen, nämlich zur äußeren Welt. Das ist jetzt die innere Welt, das ist der Körper. Wir gehen jetzt mal von der anderen Seite schauen. Wie sieht es aus auf der Bakterienseite? Und da gibt es genauso viele spannende Sachen. Nämlich wir sehen relativ viele Unterschiede in den Bakterien von Betroffenen mit Morbus Crohn oder Colitis Ozerosa und zum Beispiel einfach eine Kontrollgruppe. Wir alle haben sehr viele Bakterien und das ist insgesamt ein sehr buntes Bild. Und wir sehen da zwei Sachen, die immer wieder in verschiedenen Studien auftreten. Das eine ist, dieses bunte Bild in Betroffenen mit Colitis Ozerosa oder Morbus Crohn wird ein wenig weniger bunt. Wir sehen ein wenig weniger Vielfalt der Bakterien. Also hier mal links symbolisch dargestellt. Das sieht dann so aus, vielleicht zum Beispiel bei Nichtbetroffenen. Ein Kreis ist eine Familie von Bakterien und das dünnt sich dann ein wenig aus. Das ist das eine, diese reduzierte Diversität. Und das andere, das hier rechts ist eine Studie aus unserem Labor, da sieht man auch bestimmte Bakterienklassen, die einfach mehr oder weniger werden. Also wir können da identifizieren, hier einfach mal die grüne Spalte sind Patientinnen und Patienten, die eine aktive Erkrankung haben und die rote, wo die Erkrankung gerade ruhig ist. Und da sehen wir tatsächlich Veränderungen von verschiedenen Bakterienfamilien. Können wir das nutzen? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Bringt es das irgendwie, das zu wissen? Und da muss man sagen, ein bisschen bringt es schon, aber noch nicht so endgültig viel. Wir wissen, es gibt Bakterien, die sind eher gut für den Darm und es gibt Bakterien, die sind eher schlecht für den Darm. Hier links mal ein paar gute aufgelistet, Bifidobakterien, die Lactobacillen, also die Milchsäurebakterien und ein paar andere noch, die sind zum Beispiel eher positiv. Es gibt andere, die Sie möglicherweise schon gehört haben, wie das Clostridium difficile und andere noch, also hier die Escherichia coli, die sind tendenziell eher schlecht. Und die Idee wäre ja, und das ist sozusagen die Idee hinter Probiotika. Was wäre denn, wenn wir dem Darm jetzt hier ganz viel von diesen Bakterien zuführen? Bringt das was? Und das ist jetzt hier in diesem Cartoon und dem Text leider irgendwie zusammengefasst. Da sind wir noch nicht so weit. Also es gibt ein paar Studien, wo man das, ein paar ist eigentlich noch untertrieben, sehr viele Studien, in denen das untersucht wurde. Da gibt es teilweise auch recht vielversprechende Effekte. Es hat sich aber noch nicht wirklich als Therapie durchgesetzt, weil die Studienresultate teils widersprüchlich sind und große Analysen, wo man die alle zusammenfasst, die Studienresultate eben keinen wirklich überzeugenden Nutzen von diesen Probiotika gezeigt haben. Andere Faktoren haben wir auch noch, nämlich noch ganz viele mehr. Das ist jetzt hier mal auf dem Schaubild mal so ein bisschen dargestellt, wie vielfältig das eigentlich ist, was alles für die Entstehung von chronischen, zündlichen Darmerkrankungen eine Rolle spielt. Über die Bakterien, also diesen Umweltfaktor haben wir gerade schon geredet. Über einen anderen ganz wichtigen Umweltfaktor redet nachher der Benjamin Missewitz, mein Kollege noch, über die psychosoziale Achse, ganz wichtig. Und über zwei andere, die mir jetzt persönlich noch wichtig sind, kann ich jetzt noch reden. Die anderen müssen wir aus Zeitgründen leider so ein bisschen hinten anstellen. Aber nur um das zu symbolisieren, es gibt noch viele, viele mehr. Essen ist ganz wichtig, Ernährung. Das sind auch immer wieder Fragen, die von Ihnen als Betroffene berechtigterweise kommen. Was ist denn mit der Ernährung? Was spielt das für eine Rolle bei der Entstehung? Das ist ein sehr dichtes Schaubild hier. Das muss man auch im Einzelnen irgendwie gar nicht sich anschauen. Aber was ich hier sagen will mit dem Bild ist, wir können mit der Ernährung eigentlich unseren Darm auf verschiedenen Ebenen beeinflussen. Und mindestens mal drei, die hier dargestellt sind, die Bakterien essen mit. Also das, was wir essen, landet in teilweise unveränderter Form und teils aber auch eben schon vor verstoffwechselter Form bei den Bakterien. Und die wachsen und teilen sich ganz anders, wenn sie jetzt zum Beispiel viele Zuckerstoffe oder wenig Zuckerstoffe oder viel Fette und wenig Fette haben. Das heißt, wir beeinflussen durch unsere Ernährung die Zusammensetzung der Bakterien. Wir beeinflussen auch direkt die Barrierefunktion des Darmes und sogar das Immunsystem. Also wirklich auf mindestens drei Ebenen. Und das können wir jetzt tatsächlich nutzen, nämlich dieses Wissen über die Ernährung. Und können damit nicht nur verstehen, wie die Erkrankungen entstehen, sondern auch tatsächlich die Erkrankungen ein wenig modifizieren. Es gibt für den Morbus Crohn schon recht etabliert, für die Colitis ulcerosa etwas weniger gute Daten, die Exklusionsdiät. Das hat eine Gruppe aus Israel recht umfangreich untersucht. Man hat da auch aus der Kinderheilkunde super viele Erfahrungen schon gewonnen, dass man sagt, es gibt bestimmte Lebensmittel, die hier rechts aufgelistet sind. Die sind eher schlecht für Morbus Crohn. Die machen die Entzündung im Darm auf diese Mechanismen, die ich gerade gezeigt habe, eher schlechter. Rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, diverse Fettsäuren und nicht zu vergessen, bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe. Viele noch gar nicht so ganz charakterisiert, was sie eigentlich genau machen. Aber prozessiertes Essen grundsätzlich erstmal möglicherweise was schlechter ist als nicht prozessiertes Essen. Links sind Sachen, die eher gut sind. Und wenn man das in so einer dietetischen Empfehlung umsetzt, und da gibt es eben bestimmte Programme, die sind nicht einfach zu machen. Also das ist nichts, was man mal eben so nebenher machen kann, sondern das ist wahnsinnig aufwendig, das wirklich durchzuziehen. Aber das hat einen extrem starken Effekt auf den Morbus Crohn. Und der Effekt ist in etwa so stark, zumindest bei Kindern, bei Erwachsenen vielleicht etwas weniger wie Kortison. Also sehr stark. Der zweite Faktor, der mir noch am Herzen liegt, der sehr wichtig ist, sowohl für die Entstehung als aber auch für die Behandlung von chronischen zündlichen Darmerkrankungen, ist das Rauchen. Und das ist was, was hoffentlich alle schon mal gehört haben, weil wir das immer wieder in den Sprechstunden ansprechen. Das Rauchen beim Morbus Crohn macht den Morbus Crohn deutlich schlimmer. Und der Morbus Crohn wird auch möglicherweise durch das Rauchen ausgelöst oder zumindest getriggert. Hier ist das mal in so einer Studie untersucht, über vier Jahre. Und man sieht, die eine durch die gezackelte Linie hier und die dicke Linie sind Betroffene, die entweder aufgehört haben zu rauchen oder nie geraucht haben. Und die andere Linie hier oben sind Menschen, die weiter rauchen. Und über vier Jahre, also alle haben Morbus Crohn, ist die Rate an Schüben fast doppelt so hoch. Bei der Colitis ulcerosa ist es ein bisschen anders. Da können wir nicht so ganz viel mit anfangen im klinischen Alltag. Da hat man hier immer untersucht, retrospektiv, also rückblickend, Menschen, die Colitis ulcerosa haben, wann haben die aufgehört dann zu rauchen? Wann haben die aufgehört zu rauchen im zeitlichen Bezug zur Diagnosestellung? Und da sieht man, dass viele kurz vor Diagnosestellung aufgehört haben zu rauchen und kann daraus ein bisschen den Schluss ziehen. Möglicherweise macht ein Rauchstopp die Auslösung der Colitis ulcerosa. Das bringt uns im Alltag nichts, weil alle Menschen und alle Betroffenen, die wir sehen mit Colitis ulcerosa, haben die Diagnose schon. Es ist vollkommen unklar, ob ein Wiederrauchen die Erkrankung in irgendeiner Weise beeinflussen könnte. Abgesehen davon, dass das Rauchen natürlich ganz, ganz viele andere negative Faktoren hat. Das heißt, das bringt nicht das Wissen. Das ist eher akademisch. Aber bottom line für mich hier auf der Folie, Rauchen ist bei Morbus Crohn wahrscheinlich der wichtigste beeinflussbare Umweltfaktor. Etwa so stark wie eine Biologikatherapie. Noch viel mehr gibt es. Wir sind noch nicht ganz am Ende mit den Faktoren, aber fast am Ende von dem kurzen Vortrag. Eine super interessante Entwicklung, die man sieht, die leider auch so ein bisschen deprimierend ist. Wir sehen hier die Rate von chronischen zündlichen Darmerkrankungen immer aufgetrennt nach der sogenannten westlichen Welt. Das ist ein blödes Wort, aber Sie wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Also Nordamerika und Europa und neu industrialisierten Ländern. Vor etwas mehr als 100 Jahren gab es möglicherweise auch die schlechte Diagnostik, aber wahrscheinlich gab es auch nicht so viel. Auch in Nordamerika und Europa sehr wenig chronischen zündliche Darmerkrankungen. Das steigt weiterhin an. Vor 50 Jahren gab es in den neu industrialisierten Ländern so gut wie keine chronischen zündlichen Darmerkrankungen. Und auch das steigt jetzt mit einer gewissen Verzögerung an und erreicht möglicherweise genau dieselben Raten, wie wir hier in Europa sehen. Das hat mit vielen, vielen verschiedenen Dingen zu tun. Der sogenannte Western Lifestyle, die Ernährung. Es gibt aber andere Dinge, die darüber hinaus möglicherweise noch eine Rolle spielen. Wir wissen, dass bestimmte Medikamente die Erkrankung triggern oder verschlechtern können. Wir hatten gerade schon eben das Östrogen. Manche nicht, also die Ibuprofen und ähnliche Präparate werden damit diskutiert, dass die möglicherweise eine Rolle spielen. Wir wissen, dass die Bewegung einen schützenden Einfluss hat. Psychologische Faktoren sagt gleich Benjamin noch etwas drüber. Und andere Dinge, die wir leider nicht so sehr beeinflussen können, wie zum Beispiel die Entfernung des Blinddarms oder aber auch unser Geburtsmodus. Also es macht für das Erkrankungsrisiko einen Unterschied, ob ein Mensch per Kaiserschnitt oder per vaginaler Geburt geboren wurde und hat der Mensch Muttermilch oder Säuglingsnahrung bekommen. Das ändert das Erkrankungsrisiko. Dinge, die wir leider nicht immer so beeinflussen können, aber die uns sehr viel über die Entstehung der Erkrankung sagen. Zusammenfassung. Wir haben leider auch 90 Jahre nach diesem Kron-Artikel immer noch keinen einzelnen auslösenden Faktor von chronischen zündlichen Darmerkrankungen gefunden und möglicherweise werden wir das auch nie. Höchstwahrscheinlich werden wir das nie. Die genaue Entstehung ist weiter nicht so ganz klar, aber wir wissen trotzdem mehr und zwar deutlich mehr, nämlich viel, dass es sich um so ein Zusammenspiel handelt. Wir haben genetische Faktoren, die eine große Rolle spielen. Wir haben die Bakterien und das Immunsystem, was eine sehr große Rolle spielt und wir haben diese ganze große Gruppe der Umweltfaktoren. Wenn die alle drei zusammennimmt, dann entsteht möglicherweise eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das ist teilweise Sisyphus-Arbeit. Und wenn man jetzt so die gesamten 90 Jahre Forschung anschaut, dann hat man manchmal das Gefühl, da ist ja gar nicht viel passiert. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen den Eindruck vermittelt habe, es ist was passiert. Wir sehen immer mehr. Wir sehen auch Dinge, Dinge, die sich teilweise schon in Therapieänderungen oder die zu Änderungen der Therapiestrategie geführt haben, wie zum Beispiel diesen IL-23-Blockern. Und es geht natürlich weiter. Diese Sisyphus-Arbeit ist noch lange nicht beendet. Es geht immer noch weiter. Es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die da sehr intensiv daran forschen und möglicherweise in 10, 20 Jahren noch viel mehr wissen als jetzt. Höchstwahrscheinlich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und weiß nicht ganz, wann die Fragerunde dazu jetzt ist. Ich glaube, am Ende, oder? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir dann am Ende alle zusammen nehmen. Vielen Dank. Danke, Niklas. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.